Mit einem Erklärvideo lassen sich komplizierte Dinge schnell und leicht verständlich erklären. Die Firma Arburg macht sich diese Eigenschaften nun zunutze und bietet ab sofort Erklärvideos an. Dr. Christoph Schumacher leitet bei Arburg die Abteilungen Marketing und Unternehmenskommunikation. Er erklärt, welchen Nutzen Erklärvideos haben. Das Leben generell und die Industrie werden immer komplexer. Viele Maschinen und Abläufe sind mittlerweile so kompliziert, dass sie ja nur noch von wirklichen Experten zu verstehen sind. Ich glaube, wir sollten es den Menschen einfacher machen. Wie wird das konkret aussehen? Komplexe Dinge oder Sachverhalte kompliziert erklären, das kann wirklich jeder. Aber nur, wenn du ein Thema wirklich beherrschst, kannst du es so erklären, dass es auch ein anderer versteht. Und das machen wir ab sofort. Sie haben sich für die Herstellung von kompakten Erklärvideos entschieden. Für wen sind die gemacht? In der heutigen Welt gelten sie als ideales Mittel, um Informationen sowohl effizient wie auch modern zu transportieren. Außerdem macht es dem Betrachter Spaß, sich mit gut gemachten Erklärvideos schlau zu machen. Diese Tatsache nutzen wir, um sowohl Kunden wie auch Partner und die interessierte Öffentlichkeit mit gut gemachten Erklärungen zu begeistern. Welches Ziel verfolgen Sie mit den Erklärvideos? Zunächst einmal haben wir unseren Kunden im Blick. Denn nur wer unsere Produkte und Dienstleistungen vollends verstanden hat, wird sich schließlich kaufen. Zweitens werden aber auch wir bei Arburg davon profitieren, dass hier im Hause wirklich jeder unsere Angebote und Produkte versteht. Und drittens glaube ich, dass auch die Öffentlichkeit ein Anrecht auf gut gemachte Wissensvermittlung hat und somit tiefere Einblicke in die spannende Welt der Kunststoffe erhält. Und wie werden die Arburg-Erklärvideos aussehen? So. In jedem Erklärvideo von Arburg wird ein Thema aus der Arburg-Welt erklärt. Dabei kann es sich um Produkte oder auch Services und Software handeln, die von einem Experten oder einer Expertin aus dem Unternehmen erklärt werden. Gut gelaunt, professionell und in nur drei Minuten. Weil Worte allein oftmals nicht reichen, haben die Experten stets einen kleinen Helfer dabei. Der Beacon liefert grafische Animationen und hilft dabei, das Erklärthema noch besser zu verstehen. Die kurzen Videos können natürlich nicht alles erklären, aber sie machen neugierig und regen zum Nachfragen an. Wir fangen jetzt erst einmal an und schauen, wie das Angebot bei den Menschen ankommen wird. Danke, Dr. Christoph Schumacher. Danke fürs Zusehen und bis zu unserer nächsten Episode. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017